So, Freunde, willkommen! 420 Energy und 120.000 Crystals. Ja, nice, he? Balance Patch Notizen sind heute rausgekommen. Ja, ihr seht eure Meinung immer gerne. Ich hab's irgendwie so ein bisschen überflogen. Ich hab halt irgendwie den Jara, den Maya und den Mokul Buffing noch nicht gefunden. Ich hoffe, das werde ich jetzt tun. Ja, just kidding. Als ob. Ja, was haben wir da? Äh, Winterbären, Cookie, Makron, Wächter, also Manon, nur das Wasserteil. Äh, was wird irgendwie geändert schon wieder? Äh, wenn ein Verbündeter während des gegnerischen Zuges von einem Gegner Schaden erleidet, verbündet das Ziel einschließlich dir selbst. Und es wird geändert in was? Wenn ein Verbündeter außer dir selbst während des gegnerischen Zuges Schaden von einem Gegner erleidet, wird das Passiv aktiviert. Verbündet das Ziel außer dir selbst. Ja, das ist ja der Urnerv, ha? Passiver Effekt gleich den Schaden, ja, ist eh immer noch gleich. Also es geht nicht mehr, wenn man sie attackt, ohne Scheiß. Okay, also wenn das wirklich so ist, es wird geändert, wenn ein Verbündeter außer dir selbst während des gegnerischen Zuges Schaden von einem Gegner erleidet. Okay, das heißt, tot, wir können das Teil begraben, neben Molly wahrscheinlich, ja. Weiß ich nicht, ob ich schlecht finden soll, aber, ja. Wahnsinn. Okay, dann haben wir noch irgendwie Feuer Cookie, verringert die Angesgeschwindigkeit von 20% auf 30%, okay, who cares. Also, sieh, was das Teil überhaupt macht. Dann, dass das Cookie in Dark bekommt auch einen Nerf, und ich glaube, das ist der dritte Skill, der irgendwie was. Zwei Runden um Verwundbarkeit und Defense Breakout, so ein Blödsinn macht, von 5 auf 6 Runden. Okay, mir prinzipiell auch egal, ich hab's eh nicht. Kampfengel, Wasser, Licht, der zweite Skill. Wird genervt. Jetzt macht irgendwie Damage, Angesgeschwindigkeit und Angriffskraft, und nach irgendwie nur noch Angriffskraft, ja. Wird halt irgendwie weniger Schaden machen, weil irgendwie kein Battle Angel wirklich irgendwie Attack hat. Allerdings ist das eher ein Veronica Nerf, weil Wasser Battle Angel, das Passive von ihr wird ein bisschen gebufft, dass ich's rauskrieg. Momentan da irgendwie 2% der Max-RP bis zu 10% und nachher sind's irgendwie 3% der Max-RP bis zu 12%. Also ja, ein Veronica Nerf. Wobei, weiß ich nicht, wie viel Schaden, ich meine, ich hab ja keine, ja, weiß ich nicht, wie viel Schaden die irgendwie jetzt machen mit dem zweiten Skill. Aber der macht irgendwie noch ein paar Dots dazu, also die macht immer noch ein bisschen Schaden, ja. Dann haben wir Würfelmagier Dark. Ja, der ist grad auch irgendwie Meta, zumindest bei uns irgendwie so auf Global halt, ne. Der Anteil der restlichen HP des gegnerischen Ziels, der neu angepasst wird, wird erhöht. Ich weiß nicht mal, wie man irgendwie auf so einen Satz kommt, aber so wie ich irgendwie verstanden hab, absorbiert er halt irgendwie weniger, ja. Das ist ja so ein Molong Reckless, ja. Je niedriger er würfelt, desto mehr HP klaut er dir, ja, desto weniger HP haben deine Units. Und das, glaube ich, wird irgendwie ein bisschen verringert, irgendwie halt, vor allem nicht, ja. Gut, dann haben wir irgendwie die ganzen Puppenspieler, Fire, Wind und Dark. Ja, die haben ja irgendwie, glaube ich, eine Bombe, alle drei. Ja, und die kann irgendwie stunnen, wenn du sie, glaube ich, platzierst. Nicht, wenn sie irgendwie detonate, sondern wenn sie irgendwie platzierst, so, glaube ich, funktioniert das. Hat momentan irgendwie nur eine 50% Wahrscheinlichkeit auf einen Stun, was übelst crappy ist. Und nachher hat es halt eine 100% Chance, ja. Weiß ich nicht, ob das irgendwas an den Units ändert. Puppenspieler, Wasser, Licht. Effekt hinzugefügt, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Verbündeten für eine Runde. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie... Improvisation. Achso, wir sind bei Battle Angels. Ich war gerade irgendwie bei Battle Angels, weil auch Wasser, Licht. Ja, ich glaube, das ist irgendwie der dritte Skill, oder? Oder der zweite Skill. Jesus, hm. Wo ist man da Zibala? Improvisation, okay, zweite Skill. Ja, pff. 50% Boost plus Attack Speed, halt, ne? Oder Speed Buff, halt. Naja, keine Ahnung. Hält aber gleich auch noch, wo ist das? Hält, glaube ich, nur eine Runde. Na, wo ist das Scheiß? Wasser, Licht. Für eine Runde, also jetzt hast du da irgendwie eh schon. 50% Boost und halt ein Speed Buff. Naja, keine Ahnung. Speed Scaling Units oder irgendwie so. Wurscht. Dann nochmal Puppenspieler Wind. Das Passiv, ja, verstummen. Von einer Runde auf zwei Runden erhöht. Keine Ahnung, Puppenspieler Licht. Entfernt alle schädlichen Effekte. Alle Verbündeten. Gewährt allen Verbündeten zwei Runden lang Immunität. Geht. Zusätzlich, oder wird das geändert? Ein Clans plus Immunity ist ja okay, aber Clans weg und da wird zwei Runden Immunity, keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird geändert, oder? Ist hier, wo ich zähle. Ich habe die noch nie irgendwie gesehen. So, Puppenspielerin Dark. Na, was macht die gerade? Entfernt alle Schädlichen. Das ist ja auch irgendwie der ur-crappige Skill gewesen, das weiß ich. Schauen wir mal, ob das jetzt irgendwie geändert wird. Irgendwas vernünftiges. Bislang entfernt alle schädlichen Effekte eines Verbündeten unter Unfähigkeitseffekten zu Beginn jeder Runde. Bei der Entfernung wird der Verbündete mit den meisten schädlichen Effekten priorisiert. Und zukünftig, du erhältst Immunität gegen Effekte, die die Angriffsleiste verringern. Na, Wahnsinn. Außerdem werden zu Beginn jeder Runde alle Unfähigkeitseffekte der Verbündeten entfernt und die Angriffsleiste der Verbündeten, von denen die Unfähigkeitseffekte entfernt wurden, um 30% erhöht. Okay, irgendwie so eine Art Barrow-Mose oder so, glaube ich. Na, ein bisschen besserer Barrow oder so, keine Ahnung. Ja, okay. Na, dann haben wir die Erz-Angels. Fermion und Vela-Jewel. Der zweite Skill, Bestrafung, Effekte hinzugefügt. Stellt die HP aller Verbündeten um 20% des zugefügten Schadens wieder her? Ja. Weiß ich nicht. Manchmal frag ich mich immer, wie die auf sowas kommen halt. Wer würde sowas von uns irgendwie machen? Keine Ahnung, so. Ich habe eben eine Scheiß-Allergie, deswegen. Ich schaue komplett, ich schaue komplett irgendwie fertig aus, ja? Ich schaue irgendwie, als ob ich irgendwie halb lila oder blau im Gesicht bin, aber es ist einfach nur wegen meiner Hules allergieren, weil ich übelst müde einfach nur bin. Aber egal. Dann, Waffenmeister Licht. Ja. Erhöhung des Schadens um 20%. Wundert mich irgendwie, warum nicht 8% oder so ungefähr 8% oder ungefähr 9%. Nein, einfach mal 20%. Wahnsinn. Nicht, dass ich ihn habe. So. Das könnte irgendwie das Interessanteste, glaube ich, am ganzen Patch sein. Skysurfer Feuer. Plasmabombe. Effekt hinzugefügt. Erhöht die Abgegzeit der Fertigkeit des ausgewählten gegnerischen Ziels um eine Runde. Der macht ja, oh, warte, warte, warte. Ja, Plasmabombe ist eh der dritte Skill, glaube ich, ne? Schauen wir nachher, nicht, dass ich irgendwie Bullshit lauere. Wo ist schon? Genau, Plasmabombe, ne? Macht ja Aoi Bomben auf alle Targets, aber du kannst ein Target halt auswählen, wo die Bombe nur so nach einer Runde halt detonate. Dann sollte aber eigentlich gestumpt werden und Abgegzeit erhöht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht spiele ich ihn mal in R.T., aber ich glaube auch nicht. Demon Wasser sind passive. Jetzt bin ich gespannt. Du wirst mit ein wenig HP und einer vollen Angriffsleiste wiederbelebt. Wird geändert mit, du wirst mit ein wenig HP und einer vollen Angriffsleiste wiederbelebt und erhältst sofort einen Zug. Ja. Weiß ich nicht. Zwei Jahre zu spät oder so. Effekt entfernt, eine Runde Schild, ja. Ist eh unnötig. So. Jao wird wieder mal gebufft, hab hier wieder Herstellung von 10 auf 15%. Ich weiß nicht. Sie sollten einfach mal gewisse Units einfach komplett neu überarbeiten, ja. Nicht buffen, weil es ist einfach scheiße, ja. Jara braucht kein Buff, ja. Jara braucht ein komplettes Rework, genauso wie Mokul und Maya zum Beispiel, ja. Okay. So, Sea Emperor Feuer, wie heißt der Okeanos, benutzt keine Song, ja. Steinregen-Effekt hinzugefügt, erhöht den Schaden um 30%, wenn der Gegner einen schädlichen Effekt hat. Ja. Neue Cleave-Kombo, ja. Galia und Tiana. Okeanos. Meeresherrscher Dunkel, sein Passiv, verringert nach jedem Angriff die HP aller Gegner, außer der des Ziels um 30% und wird auf 40%. Okay, who cares, Meister der Kunst, Wasser. Und da frage ich mich jetzt auch wieder, wer kommt auf sowas, ja. Was kriegt der da irgendwie, wird die Angesleiter des Verbündeten mit entfernten vorteilhaften Effekten um 15% erhöht und jetzt dann um 20%. Das ist eh schon so eine Scheiß-Unit, ja. Dieses ganze Attack-Buff for free, ja. Attack-Buff for free, ohne dass du irgendwas machen musst. Das ist so behindert einfach. Ich hasse es, ja. Gut. Beast Rider in Wasser, erhöht die Angesleiter anderer Verbündeten proportional zu den verlorenen HP des Gegners. Keine Ahnung, wie es jetzt war. Aber jetzt musst du irgendwie, also nachher musst du dann Schaden machen. Je mehr Schaden du machst, desto mehr Attack-Buff bekommst du. Aber Barbara ist ja irgendwie fast schon so ein Attack-Buff-Booster oder so, ja. Die macht nicht so wirklich viel Schaden, aber ich sehe, wo ist da. Das spielt sowieso keine Ahnung, die Unit, ja. Da wird sich, glaube ich, danach auch nichts ändern. Beast Rider in Dark, nächtlicher Raubzug. Effekt hinzugefügt. Der Angriff der Bestie lässt den Feind mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für eine Runde verstummen, okay. Cassandra, ja, die ganzen, oder nicht die ganzen, aber ein paar von den Assassin's Creed-Dingern. Cassandra Feuer, das Passive für Effekte hinzugefügt, entfernt alle schädlichen Effekte, die dir gewährt wurden, wenn dir tödlicher Schaden zugefügt wird. Das ist nicht schlecht. Ich habe da irgendein, ein Arc-Til habe ich irgendwie gemacht, wo ich so eine, gegen so eine Feuer-Cassandra gespielt habe. Und mein Hahn hat sie gestunnt, hätte sie halt gekillt, aber hat sie halt gestunnt. Ja, und sie war komplett useless halt, ne. Das wird halt dann irgendwie nicht mehr sein, weil sie halt eben, ja, sich selbst glänzt und halt nicht sterben kann. Für den einen Zug halt, ne. So, dann haben wir noch Cassandra Feuer, Wind und Dark, der Heldenschlag. Erhöht den Schaden pro vorteilhaften Effekte, der dir gewährt wurde, um 5%. Na, Wahnsinn, ja. Man, der hat, glaube ich, die Finsignor. Ich habe keine Ahnung, was der irgendwie so für Multiplier hat, wie viel Schaden er macht. Ja, Cassandra Wasser und Licht erhöht deine Angeschlüsse um 100%, nachdem du die Fertigkeit verwendet hast. Okay. Allerdings ist 100% Attack by Increase kein Additional Turn, ja. Wissen wir ja schon vom Wasser-Demon. Aber vielleicht in 5 Balance-Patches. So, Bike, Wasser, Licht. Ich habe hier keine Ahnung, was der irgendwie kann. Verringert die Angeschlüsse des Gegners mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 und 25%. Und nachher deine Angeschlüsse erhöht sich entsprechend der verringerten Angeschlüsse. Okay. Also Attack by Reduce und du bekommst halt selber irgendwie Attack by dazu. Ja, verwendet denn überhaupt irgendwer? Ich glaube nicht. Bike, Dunkel. Effekt hinzugefügt. Erhöht deine Angeschlüsse um 20%, wenn das Ziel, das der Adler angegriffen hat, betäubt wurde. Wahnsinn, ne? Das ist, glaube ich, der Dark by, glaube ich, ist sogar ein Net5, ne? LD Net5 und der ist irgendwie crappy. So, Ezio, Feuer, Wind und Dark. Was macht das Ding? Verringert die Angesleistung der Wahrscheinlichkeit von 50 und 50 und wird irgendwie geändert. So betäubt für eine Runde mit einer Wahrscheinlichkeit von 50. Okay. Ja, Stungröße haltet, Attack by Reduce. So, dann haben wir noch den Ezio in Licht. Das ist, glaube ich, weiter nicht, ist das der, was wir irgendwie für Free bekommen haben? Effekt hinzugefügt, ignoriert die Verteidigung. Effekt entfernt, verringert die Abklingzeit. Okay, ja. Okay, schauen wir mal. Ezio Dark, Effekt hinzugefügt. Der Schaden wird um 100% erhöht, wenn du ein Monster mit dem Attribut Licht bei deinem Zug angreifst. So, okay. So, dann werden irgendwie die Succubusse irgendwie gebaucht oder genervt. Wahrscheinlich hier ersteres. Succubus Wasser absorbiert 20 und 25%. Wahnsinn. Succubus Feuer versetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für eine Runde ins Schlaf. Lässt alle Feinde schlafen. Versetzt alle Feinde für ein bis zwei Runden ins Schlaf. Na, Wahnsinn. Succubus Wasser, Wind und Licht. Effekt hinzugefügt. Gegnerische Ziel wird für eine Runde lang im Schlaf versetzt. Succubus Dark. Was haben wir da? Schaden proportional zur eigenen Angriffskraft. Und Schaden der 50% der gegnerischen Verteidigung ignoriert. Ja, ich glaube nicht, dass irgendwer die spielen wird, aber gut. So, was haben wir da mit den Bombers, ha? Erhöht den Schaden um 10%. Angriff wird nicht als Streifschuss, nicht als Streifschuss, nicht als Streifschuss. Der dritte Skill, ne? Von Wasser, Wind und Licht. Ich habe den Light Bomber vor Ewigkeiten gezogen. Ich finde ihn eigentlich recht cool. Aber ich benutze ihn einfach nicht, ja? Weil, keine Ahnung. So, dann haben wir hier die Rakshasha oder wie sie heißen. Da, Wahnsinn, wasser. Ja, zukünftig greift den Gegner an, um ihm Schaden zuzufügen und erhöht deine Angriffsleistung. Ach, wir ihn interessiert, ha? Was macht, Wah, Effekt hinzugefügt. Erhöht den Schaden um 15% pro schädlichen Effekt, der den Gegner besitzt. Okay, ist für TOE vielleicht ganz nützlich und Solo-Rating, wie ein bisschen mehr Schaden. Ja, warum nicht? Dann die in Dark, Effekt hinzugefügt, verringert die Abgängszeit der Fertigkeit um eine Runde, wenn der Gegner durch diesen Angriff besiegt wird. Okay, spielt eh keiner. Brownies. Feuer, Wasser, Licht. Das ist der erste Skill. Na, oder der zweite Skill. Erhöht den Schaden um 13% dieser Angriff landet, dem als Zerschmetterter. Dieser Angriff wird nicht als Streifschuss landen. Wo ist der Unterschied? Keine Ahnung, ha? Ist eh wo ich... So, Brownie-Magier-Licht. Oh, das ist Passive, ha? Irgendwas Geiles. 100% Defense Break, ha? Lockerung der Aktivierungsbedingungen. Ein vorteilhafter Effekt eines Feindes wird entfernt, auch wenn die Anzahl der vorteilhaften Effekte nicht geringer ist. Okay. Weil bei Gemini, du darfst irgendwie, glaube ich, keine Will-Runen und keine Shield-Runen irgendwie so haben. Sonst stript da halt irgendwie nix, ne? So, was haben wir da? Fehlerbehebung. Ja, und das war's. Das war's. Alter, wie lange... Wirklich, und jetzt... Jetzt kriege ich einfach das Kotzen, ja? Wie lange haben wir wieder gewartet auf den Scheiß-Balance-Patch? Und was tun sie? Nix. Nix, Alter. Es sind alles scheiße. Wirklich, das ist alles einfach nur der absolute Mist. Das ist einfach nur useless, ja? Das kannst du einfach STRG A, STRG A und DELETE und weg, ja? Das ist alles einfach... Okay, Cookie von mir ist, ja? Cookie ist tot, ja? Aber... Und ich meine, es ist einfach... Es ist einfach urwenig, ich meine... Ehrlich? Keine Leader-Skills irgendwie vernünftig wieder mal geändert. Keine Erweckungen irgendwie geändert. Was einfach mal... Keine, keine... Wie heißt's? Was ein Monster für ein Typ ist, ja? Ich meine... Wo ist Acroma? Bestes Beispiel, ja? Da. Acroma ist ein Defense-Type-Monster. Warum? Ein Grund, warum Acroma so scheiße ist, ist, weil sie 600 Attack hat. Base Attack, ja? Welcher ihrer Skills hat er skaliert mit... Mit Defense? Keiner, ja? Hier. Max HP des Feindes. Na gut, ist ja wulsch. Ja? Oder ist irgendwie mal... Ist ja eh wulsch. Jetzt aber... Keine Ahnung. Was... Was ändert sich jetzt dadurch? Im Siege oder irgendwas, ja? Oder eine Hoa, oder so ein Blödsinn? Oder ein Gemini? Oder eine Succubus? Ich meine, wer interessiert sich? Keiner spielt mit diesen Units, ja? Was okay ist dann, sie zum Waffen, aber... Und das ändert ja jetzt dann nix, ja? Heftig, also wirklich, das ist... Keine Ahnung. Ich habe echt das Gefühl, das ist einfach nur... Da kommt dann der Balance Patch Patch, ja? Balance Patch Patch? Und da kommt ein Balance Patch Update Pack raus, ja? Dass sie irgendwie einen Grund haben, um irgendwie Packs halt rauszubringen. Das kommt irgendwie wirklich schon. Das ist wenigstens das Einzige, wo sie sich wirklich Mühe geben, ja? Also bei den Packs werden sie ja wirklich immer kreativer. Aber... Ja. Ich habe da vorher die 3-Date gekauft, die rechts. Und dieses Legendary da mit den... Ja, Devilmonds und LD Scrolls und so ein Scheiß. Das ist das an hier, ja? Sollte jetzt immer neue Units rauskommen. Keine Ahnung, wie lange ich noch saveen soll. Ich meine, bis halt neue Units rauskommen. Ich bin immer noch nicht mit TOE oder so fertig. Ja, kein Plan, also. Das ist... Ich würde nicht sagen, dass das der schlechteste Balance Patch aller Zeiten ist, weil das ist einfach gar nichts. Das ist in meinen Augen irgendwie so echt gar nichts. Das ist einfach nur absoluter Müll. Einfach nur Fahrt, ja? Ja, Siege endet, wird sich nichts ändern. Es wird irgendwie nichts großartig gebufft, ja? Dass ich sage jetzt irgendwie, ich brauche 5 Units oder 10 Units oder so mehr, ja? Ich weiß irgendwann schon nicht einmal mehr irgendwie, wohin mit diesen Scheiß... Das heißt, Rainbow Monster, 204 5 Star Rainbow Monster. Wie soll ich die jemals wegkriegen? 623 4 Star Rainbow Monster. Und ich kann ja unendlich quasi weitermachen, aber es lohnt halt einfach nichts irgendwie zum 6 Star. Ja, aber gut. Scheiß an. So, das war's. Ich kann jetzt endlich in die Penne gehen. Ich gehe schon keine Luft mehr. Ja, eure Meinung halt gerne, ne? Was irgendwie haltet von den Buffs, Nerves. Ich weiß nicht, das ist einfach... Das ist einfach zu wenig, finde ich, ja? Ich weiß nicht mehr, wann der letzte Balance Patch war, aber das ist ja schon wieder ein paar Monate her. Wenn der irgendwie kommen wird und in zwei Wochen kommt halt irgendwie der Nächste, ja? So halt. Und dann ist wieder so eine Liste. Na gut, ja? Aber nein, jetzt warten wir ja wieder halt. Irgendwann kommt halt wahrscheinlich ein RT Patch oder so ein Scheiß, ja? Wohl wie der RT Meter irgendwie durchgewürfelt wird oder auch nicht, ja? Ich meine, Hey Gang, ja? Einfach so ein random Hey Gang Buff. What the fuck, hey? Gut. Ja. Danke fürs Zuschauen.